Zarella spricht Klartext über Silbereisen Seit Jahren wird Florian Silbereisen und Giovanni Zarella einer Rivalität nachgesagt. Auf Nachfrage von T-Online bezieht Zarella jetzt Stellung zu dem Thema. Im September 2021 präsentierte Giovanni Zarella zum ersten Mal sein eigenes Schlagerformat. Die Premiere der Giovanni Zarella Show entpuppte sich mit 3,81 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,2 Prozent direkt als Quotenerfolg. Seitdem gilt der Sänger als ZDF-Gegenstück zu Florian Silbereisen, der seit 2002 für die ARD durch Sendungen wie die große Schlager-Strand-Party, Schlager-Boom oder das Adventsfest der 100.000 Lichter führt. Tatsächlich sind sich die Sendungen von Silbereisen und Zarella ähnlich, pünktlich zur besten Sendezeit. Am Samstagabend ab 20.15 Uhr empfangen sie Schlagerstars wie Maite Kelly, Ben Zucker und Beatrice Egli. Zudem lassen es sich beide für gewöhnlich nicht nehmen, gemeinsam mit ihren Gästen einen Song zu performen. Im Februar und März sind Florian Silbereisen und Giovanni Zarella erneut im Fernsehen zu sehen, und ihre geplanten Shows befeuern weiter die Gerüchte um einen Konkurrenzkampf. Silbereisen oder Zarella, wer ist erfolgreicher? Am Samstag, dem 24. Februar, moderiert Giovanni Zarella im ZDF die Sendung 50 Jahre Roland Kaiser. Fünf Jahrzehnte steht die Schlager-Ikone Kaiser mittlerweile auf der Bühne, ein Meilenstein, den Zarella gemeinsam mit Star-Gästen wie Kerstin Ott, Thomas Anders und Melissa Naschenweng feiern möchte. Aufgezeichnet wurde die dreistündige Show bereits im Dezember, das ZDF hat einen ersten Trailer veröffentlicht, und er ruft bei einigen Schlager-Fins Verwirrung hervor. Die Show wird dort als das Schlager-Jubiläum des Jahres betitelt. Dabei soll das doch erst drei Wochen später im Fernsehen zu sehen sein. Für den 16. März ist am 1. eine neue Sendung mit Florian Silbereisen angekündigt, und die trägt ausgerechnet den Namen Schlager-Jubiläum 2024. Ich dachte, das Schlager-Jubiläum kommt erst in ein paar Wochen, zeigt sich ein Instagram-Nutzer irritiert. Weitere kritische Stimmen beziehen sich auf den Gastgeber, warum nicht mit Florian Silbereisen? Mit Florian Silbereisen wäre die Show sicher niveauvoller geworden und mit Giovanni Zarella als Moderator werde ich die Sendung nicht schauen, ist in der Kommentarspalte zu lesen. Auch wenn Zarella nicht bei allen Schlager-Fins punkten kann, holt er für das ZDF regelmäßig solide Quoten. Im November 2023 verfolgten dem Branchenmagazin DWDL zufolge 3,39 Millionen Menschen die Giovanni Zarella-Show. Das entsprach einem Marktanteil von 13,3 Prozent. Die vorige Ausgabe im Juli hatten 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Obwohl sich das Publikumsinteresse somit auf einem konstanten Niveau bewegt, liegt Giovanni Zarella aus Quotensicht hinter Florian Silbereisen. Der begeisterte mit seinem letzten Schlager-Jubiläum im Oktober 2023 laut DWDL durchschnittlich 4,61 Millionen Menschen und bescherte dem ersten damit einen starken Marktanteil von 20,7 Prozent. Die Giovanni Zarella-Show gilt für das ZDF trotzdem als voller Erfolg. 2023 wurde das Format bereits zum zweiten Mal in Folge als beste Unterhaltungsshow beim Deutschen Fernsehpreis nominiert. In dieser Kategorie ging die Sendung zwar jeweils leer aus, dafür räumte Zarella 2022 die Auszeichnung für die beste Moderation ab, Florian Silbereisen war in beiden Jahren nicht nominiert. Giovanni Zarella ist durchaus bewusst, dass in den Medien regelmäßig über einer Rivalität der Showmaster berichtet wird. Vor allem die Tatsache, dass die beiden Entertainer sich nicht gegenseitig in ihren Sendungen besuchen, führt immer wieder zu Spekulationen. Im Rahmen der Berlin Fashion Week räumt Zarella im T-Online-Interview mit den Gerüchten auf, wir haben überhaupt kein Problem miteinander. Ich war ja früher auch in seinen Sendungen zu Gast. Also wenn er mich mal wieder zu seiner Show einladen würde, dann gehe ich auch hin, so der 45-Jährige. Bevor Giovanni Zarella im ZDF sein eigenes Format bekam, trat er tatsächlich öfter bei Florian Silbereisen auf. In der Sendung 25 Jahre feste Shows stellte er 2019 zum Beispiel sein Album La Vita e Bella vor, sein Schlager-Debüt. Etwas unsicher, weil ich nicht wusste, wie die Künstler und Fans darauf reagieren werden, dass ich bestehende Schlager-Songs neu interpretiert habe. Doch Florian hat mir von der ersten Minute an das Gefühl gegeben, in dieser neuen Welt willkommen zu sein, erinnerte sich Zarella 2021 in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, R&D. Auch Florian Silbereisen betont in der Öffentlichkeit immer wieder, dass er ein gutes Verhältnis zu Giovanni Zarella pflege. So sei es für ihn auch keine Überraschung gewesen, dass das ZDF den Musiker als Showmaster verpflichtet habe. Aus dem Popstar wurde in kürzester Zeit ein Schlager-Star. Ich freue mich, dass ein Künstler, den wir so unterstützt haben, so schnell so einen großen Erfolg hat, sagte Silbereisen 2020 auf Bild-Nachfrage. Der nächste Schritt ist für mich der wichtigste. 2024 möchte Giovanni Zarella weiter aus dem Schatten seiner Schlager-Kollegen heraustreten. Im Gespräch mit dir online verrät er, dass er in den kommenden Monaten die persönlichste Musik meines Lebens veröffentlichen werde. Hinter dem Bühnenstar liegt bereits eine ereignisreiche Karriere. Als Teil der Popstars-Band Broses wurde er 2001 schlagartig berühmt. Mit Hits wie I Believe and Do You eroberten die Castingshow-Sieger die Charts. Doch nachdem sich die Gruppe 2006 aufgelöst hatte, kam Zarellas Karriere ins Stocken. Zwar bekam er gemeinsam mit seiner Familie eine eigene Dokusop und war in TV-Formaten wie Let's Dance und Schlag dem Star zu sehen. Musikalisch wurde es allerdings ruhig um den Italiener. Erst mit dem Schlager-Album La Vita e Bella schaffte er es zurück auf die Bühne. Zuletzt wechselte Giovanni Zarella die Plattenfirma, hat neue Produzenten an seiner Seite. Sein Team habe ihm in den vergangenen anderthalb Jahren den nötigen Raum zur Weiterentwicklung gegeben, berichtet der Italiener. Er ist gespannt, was die Zukunft bringen wird, der nächste Schritt ist für mich der wichtigste. Weil jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich als Künstler selbst bestätigen möchte. Jetzt möchte ich etwas machen, was 100%ig ist, ohne Angst, dass es vielleicht jemandem nicht gefallen könnte. Einfach frei. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich etwas gut machen, was ich einfache erneinen, thiö